nicht mal behaupten nein kein Vampir fickt euch fickt dich so jetzt ist es das ist mir jetzt schön egal ich fickt dich du ich find's langsam echt asozial nee ich glaub ich schneid bald mal diese scheiß kämpfe raus aber ich glaub ich schneid mal diese Kämpfe raus irgendwann weil die dauern ja entewig so er wird nun können sie jetzt immer verteidigen wenn du wohl nicht schlimm denn wir haben nicht geliebt so 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 das bestimmt diese scheiß Kerze Krippmann Krippmann durch meine Hoffnung und so so abziehen und hat er noch so kaputt also ernsthaft ich glaube ich schneid diese Kämpfe echt raus das ist immer genau das Black Cyberkey hui und jetzt hat mal live ja okay ich glaube ihnen sogar in echt richtig in Richtung natürlich in meine die zack my life nee ist doch nicht mehr schön und ich halte ach so hier ach so ist das der treasure box da hätte ich mein ganzes fickt dich geld zurück cool hätt ich das gewollt hätte ich mich auch gerne ausräumen lassen so schärsch wert shadow 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 dass neuer ich nehme jetzt ähm wie lange nehme ich auf schon ja komm dann steige ich jetzt dann mache ich jetzt ins video rein du bist neuer Ich habe keine Medizin gegen dich, aber ich bin sicher, du musst sterben. Achso, ich habe nichts, denn ich kenne Medizin. Es ist meine Aufgabe, die Prinzessin zu beschützen. Aber du solltest sowas nicht für böse Sachen tun. Nightman, hast du vergessen, was der Boss sagt? Zerstöre den Netbettler. Es ist für den Netbettler. Also es ist für Creamland. Ich bin sicher, no good can come from what you're doing. Ich wette, es kann nichts Gutes von dem kommen, was du tust. Yeah, du denkst also, happier Prinzess. Was ist, worauf hattest du Nightman? Just do, I say and you'll be fine. Yes, this sounds right and just now. You feel some dubbed, äh, fühlt sich etwas anders in deinem Herzen, oder? Mega Man. Äh, mir Sorgen zu machen ist nicht in mich programmiert worden. Ähm, ich muss, die, ne, if, even I, if she is wrong, I must protect her. It is my way. No. Oh God. Wie on God? Oh God macht man mit einem, ähm, hier, Dings, wie heißt das? Äh, das Fechtdegen, danke, Fechtdegenteil. Und du hast eine riesige Eisenkeule, die böse aussieht. Ah, no, no. Böse. Äh, ich habe eine ganz wichtige Zeit, ich habe vergessen, bevor ich den Kampf starte. Äh, äh, ich bin so ein schlechter Spieler, nee. Das kann man das nicht sagen, ich bin ein echt schlechter Spieler, gerade. Okay, ähm, na komm, so jetzt. Zap, kampf direkt. Äh, wie soll man tun, wenn man vergisst, dass man wirklich... So, jetzt. So. Schön, ähm. Das hält mich irgendwie an Stone Man, Stone Man war nicer, 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 hm, benutzt wie Andizismen. Ich mag ein, Andizismen, oh mein Gott. Okay, ähm. Ja, uh, 600 Schuss, 86 Schuss im Benziner, 6, in Benziner, bla 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 bla. So, kaputt, äh, nicht kaputt, aber. Äh, ouch, wie das gemacht haben, wahrscheinlich. Uh, ähm, ganz ehrlich, die Bosskämpfe sind eigentlich, haben wir es, so Zwischengegner, so wie Protoman, oder, äh, mal andere Zwischengegner, die mir grad nicht einfallen. Dieses eine fieh ich vor, äh, Creamland, genau, bevor ich auf diesen einen Square konnte, mit diesem Arschgesicht. So. Sehr zufrieden. Gut gemacht, ähm, ja. Okay, so. Ach, fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Mein Gott, halt, tschö, Mann, ey, was soll das hier, nee. Ich hab eben auch gesagt, oh, der kommt so einfach, der könnte so ein kleines Kind gewinnen und jetzt gehe ich vollends auf und sagt, er seht ihr, ich bin doch nicht mein kleines Kind. Okay, solange dieser Typ nicht springt, ist alles in Ordnung. Gut gemacht. So, noch 400 Schuss, irgendwas so um die Richtung, 500 Schuss. Äh, so, anstatt, dass ich eins zur Seite gehen, muss ich natürlich drei nach hinten gehen. Wie, ähm, Sonic Wave. Ja, ähm, gut. Genau, Nightman mag keine Erbsen und Erbsen sind nämlich doof. Ganz ruhig, ähm, vorsichtig, Recovery 50, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, so, schön. Wir versuchen nicht zu bewegen und dann einfach ruhig stehen zu bleiben. Gateman. Okay, so, das ist jetzt mal ein Grund, sich ein bisschen zu bewegen. Gateman, bitte zur Studie-Teile nicht, Gateman, danke. Eins, zwei, drei. Gut, der letzte hat mich erwischt, aber das sind Schönheitskorrekturenfehler. Hm, ich weiß nicht, soll ich den Sicherheits-Safestate eigentlich machen? Ach, doof, doof, doof. Ich möchte ja noch etwas vom Boden runterfallen. Doof, doof, vom Boden. Ich möchte ja noch etwas vom Boden runterfallen. Allein diese Formulierung sollten wir vielleicht schon mal in den Nobelpreis einbringen. Wie kann etwas vom Boden runterfallen? Äh, so clever. So, oh, homies, Tommy, das ist voll ins Gesicht. So, auf sowas steht. Wenn mir ein großer Typ seine Bälle in Sicht hat. Ja, ganz recht. Ich stehe drauf, wenn mir ein großer Typ seine Fett, mein Gott wird. Wie komme ich auf solche Formulierungen? Ähm. Tatsächlich, ich weiß es nicht und es tut mir leid, Kinder, wenn ihr sowas hört und Penel-Rap. Oh, so, fick dich. Einfach, fick dich. Fick dich. Ich jetzt sterbe so rastisch aus. Als ihr Schluss mit, das Ende mit, äh, lustig. Nein, komm, komm, komm. Ähm, oh, mein Gott, wie Gott, das passiert. Oh mein Gott, ich bin ein schlechter Spieler. Ich gebe es gern zu. Ich gebe es zu und, sau. Aber ganz ehrlich, ich wollte mir diesen Kampf nicht immer antun. Ja, das ist der erste Bosskampf, bei dem ich offiziell gestorben bin und 306.